Die DHV News vom 27. August 2021 Ludwigs Bußgeld für 6 Gramm DHV-Wahlanalyse, die Programme der 6 großen Parteien Herzlich willkommen bei den DHV News. Der übliche Hinweis, wir drehen mal wieder mittwochs, spätabends, müder Moderator, müde Kamera, wir waren schon unterwegs heute, wir drehen im Moment ein Interview nach dem anderen, jetzt die nächsten Tage ist ICBC, ein Interview bei der LBB-Abendschau kommt noch am Donnerstag und so, deswegen schaffen wir es nicht, am Donnerstag zu drehen und sind jetzt einen Tag früher dran. Ich sage das wie immer, falls Donnerstag, Freitag noch was passiert vor dem Release dieser News, dann kann das hier gar nicht drin sein, dann haben wir es nicht vergessen, sondern es ist in der Zukunft von mir aus jetzt gesehen. So, dann noch ein paar Hinweise auf unseren Kanal, der erste, der Rückblick zur Hanfparade. Und vielleicht eine kurze Einschätzung von mir, viele haben vielleicht das Video schon gesehen, für Corona-Zeiten war die Parade ganz gut besucht, muss man sagen, vielleicht ein bisschen weniger als letztes Mal vor zwei Jahren, hatte ich den Eindruck, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ja, auf jeden Fall war sie schon ganz anständig besucht und nicht so ein Rückgang, wie man vielleicht hätte erwarten können und vor allen Dingen war sehr gute Stimmung da, man hat richtig gemerkt, die Leute hatten mal wieder Bock zu tanzen, was dann draußen ja eben auch ging und trotz Masken und so weiter, Bombenstimmung, also war schon erstaunlich, positiver Vibe unterwegs da. Wer noch nicht gesehen hat, kann ja auch nochmal das Video sich reinziehen und sich die Menschenmassen da durch Berlin tanzend und walzend geben. Und der zweite Hinweis, ja, schönes Presseecho zur letzten Sendung hier, zu den letzten DHV-News vor zwei Wochen. Da ging es ja um den CSU-Chris und seinen Ortsverband der Jungen Union, der im Prinzip wegen Daniela Ludwig die Legalisierung geschlossen hat. Ja, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Auf jeden Fall hat dazu die Süddeutsche was geschrieben mit der Überschrift Debatte über Cannabis. Wenn die CSU vom Hanfverband gelobt wird, ja, und dann werden hier die DHV-News neu erwähnt und so, sehr schön, Link in der Videobeschreibung. Und das passt auch gut zum nächsten Thema, Stichwort schönes Presseecho, denn das ist letztendlich die Quintessenz auch von meinem Thema Ludwigs neuer Vorstoß, ja. Nämlich eigentlich ein alter Vorstoß, der viele Presseechos gebracht hat. Aber erstmal zum Inhalt, ja, was hat sie gesagt? Sie hat der Presse erzählt, dass sie für die Herabstufung des Besitzes geringer Mengen Cannabis von der Straftat zur Ordnungsfähigkeit ist. Dass man also nur noch ein Bußgeld bezahlen muss, kein Strafverfahren mehr hat und aber auch eine Zwangsberatung, Drogenberatung machen muss. Ja, da denken die immer ans portugiesische Modell, wobei, glaube ich, Ludwig sich da viel mehr Zwangsberatung vorstellt, als sie das in Portugal tatsächlich machen. Auf jeden Fall kein Strafverfahren mehr, ja, wird irgendwie auch als Liberalisierung angesehen, das Ganze. Und ganz konkret, wie sie sechs Gramm haben, ja, also alles, was über das härteste Maß in Deutschland hinausgeht, ja, die Bundesländer mit zehn oder 15, die sind ja unverantwortlich und so. Da muss auf jeden Fall die härteste Grenze von sechs Gramm sein, aber Ordnungsfähigkeit wird trotzdem als Lockerungsübung verstanden, sozusagen. Eingeschlagen wie eine Bombe in Medien, obwohl halt null Neuigkeitswert. Hat sie nämlich auch letztes Jahr schon gesagt, genau das gleiche, ja, Ordnungsfähigkeit, sechs Gramm. Da habe ich letztes Jahr auch schon zusammen mit Hubert Wimber und Professor Polene einen Beitrag geschrieben, aus dem Anlass damals auch zum Alternativen Drogen- und Suchtbericht 2020. Der ist hier verlinkt, noch ein anderer Artikel zum aktuellen Anlass, der nochmal zusammenfasst die Ergebnisse. Also, ich wiederhole nochmal kurz, was wir davon halten, von dieser ganzen Geschichte um die Ordnungsfähigkeiten, wenig. Ja, wir halten wenig davon. Nur ein Bußgeld zu zahlen, anstatt ein Strafverfahren zu haben, ist sicher für viele eine Erleichterung erstmal angenehmer, ja, für die, die sich das leisten können, zu sagen, okay, mal angenommen, Bußgeld ist nicht so hoch, ja, wie falsch, 30 Euro, da wagt ja, okay, zahle ich mal, habe ich meine Ruhe. Aber es kann eben auch sein, dass das gerade für Leute, die eben nicht viel Geld in der Tasche haben oder wenn die Bußgelder sehr hoch angesetzt werden, eine Verschlechterung der Lage ist, weil die Strafverfahren ja doch häufig eingestellt werden bei geringen Mengen und dann gar keine Kosten auf die Leute zukommen, müssen gar nichts bezahlen. Und Bußgeld ist halt immer Bußgeld, ja, Ordnungsfähigkeit muss man immer bezahlen. Im Zweifelsfall, wenn man nicht bezahlt, kommt man sogar in den Knast. Also kommt natürlich auch darauf an, ja, wie hoch die Bußgelder dann sind. Dann kommt natürlich noch dazu, dass die regionalen Unterschiede sehr viel größer werden könnten. Ja, also da gilt nämlich dann nicht mehr das Legalitätsprinzip. Das Legalitätsprinzip sagt nämlich, bedeutet, dass bei Strafverfahren die Polizei auf jeden Fall tätig werden muss. Ja, zumindest theoretisch, wenn ein Polizist sieht, wie sich jemand eine Tüte baut mit Hasch oder Gras, dann muss der da hingehen, muss den Menschen anzeigen und so weiter, das ganze Verfahren anlaufen lassen, weil er nicht weggucken darf bei Straftaten. Anders als in Holland zum Beispiel, da darf die Polizei auch bei Straftaten weggucken. In Deutschland nicht, aber bei Ordnungsfähigkeiten schon. Ja, da können sie dann schon dran vorbeilaufen. Heißt unterm Strich dann, in Berlin zum Beispiel, ja, wird die Politik wahrscheinlich sagen, komm, lass das sein, lass die Leute in Ruhe, ja, wir machen da gar nichts mehr. Und in Bayern werden die sagen, ja, wunderbar, ja, jetzt lohnt sich das endlich wieder. Die Leute müssen jetzt endlich mal wieder was bezahlen und die Verfahren werden nicht einfach eingestellt. Wir haben wieder eine echte staatliche Sanktion. Also jetzt erst recht wieder hinter den Kiffern herrennen und diese gewollte Gleichbehandlung in Deutschland, ja, die Angleichung der Verhältnisse zwischen den Bundesländern, die ja alle wollen, ja, die würde dann genau im Prinzip in die andere Richtung rauslaufen sozusagen und die regionalen Unterschiede noch größer machen. Deswegen hat auch die Bayerische Polizeigewerkschaft zum Beispiel letztes Jahr das befürwortet und gesagt, ja, wir sind dafür mit den Ordnungsfähigkeiten, weil dann lohnt es sich da endlich wieder hinter den Kiffern herzulaufen und dann müssen die endlich mal wieder was bezahlen und so. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Sache, jedenfalls nicht so, wie wir Entkriminalisierung verstehen. Dann diese Zwangsberatung, die da ja mit im Spiel ist, da irgendwie so unterschwellig immer mitgenannt wird, ja, in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen unterbelichtet, aber das gehört ja mit zu ihrem Vorschlag. Das würde auch die Drogenberatungsstellen völlig überlasten, ja, wenn da jetzt nicht einfach nur mal ganz kurz einmal fünf Minuten jemand da hingeht, der kriegt ein Angebot, ja, von wegen, ja, wenn du Probleme hast, dann kannst du gerne kommen, ja, da bieten wir dir eine Beratung an. Wenn nicht, geh wieder nach Hause, ja, so würde das vielleicht gehen. Aber ich nehme an, Ludwig stellt sich da vor, mit Zielabstinenz 10, 20, 50 Stunden in der Drogenberatungsstelle, die man da ableisten muss. Und das ist natürlich bei Cannabiskonsumenten völliger Blödsinn, weil die meisten gar kein Problem haben und die Beratungsstellen werden völlig überlastet und hätten keine Zeit mehr für die Leute, die doch ein Problem haben. Also alles nicht so ganz ausgegoren. Die Frage ist, was wollen die überhaupt damit, ja, wenn die Politik verstanden hat, dass Cannabiskonsum an sich moralisch nicht verwerflich ist und auch anderen nicht automatisch schadet oder so, ja, dass das nicht schlimmer ist, als wenn jemand halt Bier trinkt oder so, dann sollen sie doch die Konsumenten richtig entkriminalisieren. Heißt, kein Strafverfahren, keine Ordnungsfähigkeit, kein Bußgeld und keine Beschlagnahmung, ja, einfach legal. Der Besitz einer geringen Menge für Konsumenten sollte einfach klipp und klar legal sein, Punkt. Ja, davon abgesehen natürlich sowieso die komplette Legalisierung inklusive Regulierung des Handels. Der einzige Weg ist, die Probleme mit dem Schwarzmarkt wirklich anzugehen und zu lösen und so weiter. Entkriminalisierung ist dann ja nur ein Teil der Lösung und, ja, die Kriminalisierung ein Teil des Problems sozusagen. Wie gesagt, zwei Artikel dazu habe ich verlinkt. Könnt ihr nochmal nachlesen, wie wir das so einschätzen mit den verschiedenen Entkriminalisierungsmöglichkeiten. Und jetzt wird reichlich spekuliert, was steckt dahinter so politisch? Wieso kommt jetzt auf einmal dieser Riesen-Medien-Hype nochmal zustande? Ja, das sieht aus wie eine konzertierte Aktion und so. Gerade so in Panikreaktion, ja, Union mit total sinkenden Umfragewerten. Die sehen sich gerade in Grund und Boden gestampft von den Umfragewerten und Laschet rockt den ganzen Laden runter. Und da denken viele, ja, vielleicht versuchen sie jetzt damit nochmal Wählerstimmen zu locken oder so. Ja, kann sein. Ich glaube aber eher nicht, dass das Ganze abgesprochen ist mit den Parteioberen. Es widerspricht ja auch total der Parteilinie, auch dem Parteiprogramm und so weiter, diese Meinung. Und dagegen spricht auch, dass das Gesundheitsministerium mittlerweile schon ziemlich schnell die ganze Sache dementiert hat. Wie üpplich, jung und naiv. Tito Jung hat nachgefragt, wie sieht das jetzt aus? Wie sieht das denn das Gesundheitsministerium, diesen Vorschuss mit Bußgeldern, Ordnungsfähigkeit und so weiter, wurde dementiert. Kleiner Ausschnitt dazu hier. Diese Forderung hat die Drogenbeauftragte im Rahmen einer zu führenden Debatte tatsächlich eingebracht. Und derzeit kann ich Ihnen jetzt keine Pläne berichten, die eine Entkriminalisierung beziehungsweise eine Legalisierung des Besitzes von Cannabis tatsächlich vorsieht. Wer das ganze Statement dieses Sprechers des Gesundheitsministeriums sehen möchte, ist verlinkt unter dem Video, wie üblich. Also das spricht nicht dafür, dass Jens Spahn zum Beispiel als einer der wichtigen Entscheidungsträger in dem Punkt involviert war. Ja, da ist keine konzertierte Aktion in dem Sinne von wegen, komm, wir versuchen da jetzt nochmal Wählerstimmen zu kriegen oder so. Wir sind da jetzt oder wir machen Lockerungsübungen für Koalitionsverhandlungen oder so. Ja, da müssen wir sowieso auf einen Koalitionspartner zugehen. Und dann ist meinetwegen die Ordnungsfähigkeit da kleinere Übel. Mag Ludwig so sehen, aber ich glaube nicht, dass das in der Union irgendwie abgesprochen war. Bleibt also inhaltlich wenig übrig von der ganzen Sache. Aber ein riesen Medienhype ist dadurch entstanden. Cannabis ist Wahlkampfthema, ein kurzer Groove durch die Medienwelt. Da nehme ich euch mal mit zu den schönsten Überschriften. Zum Beispiel bei NTV bis 6 Gramm im Gespräch. Einheitliche Obergrenze für Cannabisbesitz geplant. Ja, als wenn die ganze Bundesregierung da jetzt das vorhätte oder so. Drogenbeauftragte für Straffreiheit bis 6 Gramm Cannabis. Straffreiheit schreiben die, ja, Frankfurter Rundschau von wegen Bußgeld oder so. Naja, also keine Strafe oder wie. Straffreiheit bis 6 Gramm ist ein Witz. Rheinland-Pfalz. Cannabis-Entkriminalisierung dringend geboten. Kommentar von der Rhein-Pfalz. Also das kam auch dazu, ne? Jede Menge Kommentare von Zeitungen. Auch das nächste. Cannabis, wir brauchen eine echte Legalisierung. Keine Scheinlösung. Schreibt die Hamburger Morgenpost. Und dann Reaktionen von anderen Politikern. Gegen das Wahlprogramm seiner Partei. CDU-Politiker will freien Verkauf von Cannabis an Erwachsene ermöglichen. Alles in Reaktion zu diesem Ludwig-Vorstoß. Ja, in dem Fall der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann. Der war früher mal Justizsenator von Berlin. Also auch kein ganz kleines Lämpchen sozusagen. Der wird zitiert von Business Insider mit dieser Überschrift. Dann mal zur SPD geguckt. Beim NDR. Ministerin Behrens. Kleine Cannabismenge straffrei machen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens, SPD, begrüßt die Idee, den Besitz geringer Mengen von Cannabis generell straffrei zu stellen. Der Vorstoß kam von der Bundesdrogenbeauftragten. Also schlägt Wellen über die Parteigrenzen hinaus und wird von Medien sehr locker frei interpretiert und diskutiert Richtung straffrei. Das ist natürlich eine Diskussion, die uns recht sein kann, sag ich mal, eher als das ganze Ovi-Busgeldgedöns. Dann der Nordkurier. Ist Grasrauchen in MV Mecklenburg-Vorpommern bald erlaubt? Wenn es nach FDP-Politiker Moritz Harrer geht, dann ja. Geht am Ende auch nur um Modellprojekte und so, aber immerhin auch da FDP-Politiker gerät mit in den Ludwig-Sog- und die Legalisierungsdebatte. Letzter Punkt. Süddeutsche Kommentar. Krümel als Beweismittel. Langsam aber sicher bewegt sich die deutsche Cannabis-Politik in Richtung Legalisierung. Sogar die Drogenbeauftragte der Bundesregierung denkt über Änderungen nach. Es ist höchste Zeit. Also ich hatte Spaß, als ich die ganzen Reaktionen auf Ludwigs Vorstoß gesehen habe. Jetzt mal wieder Cannabis-Wahlkampfthema nicht zu übersehen. Und Änderungen in der Cannabis-Politik sind endlich nach über 20 Jahren Kampf abzusehen. Da wird wahrscheinlich was passieren nach der Wahl. Aber was? Ob jetzt die Legalisierung oder einfach nur so ein bisschen so ein Schritt zur Seite mit so halbgaren Lösungen wie Bußgeldern, Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe. Erstmal nur 1.000 Leute in Deutschland oder so. Ja, dann gucken wir in vier Jahren weiter. Nicht unwahrscheinlich, ja. Und was da kommt, liegt an euch. Weiterhin der Appell an alle. Schreibt euren Kandidaten im Wahlkreis. Guckt auf unsere Seite. Da findet ihr die mit eurer Postleitzahl. Wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt machen. Ja, sonst müsst ihr Bußgelder bezahlen am Ende, ja. Anstatt Legalisierung zu kriegen. Sagt den Parteien eure Meinung. Wir als DHV tun natürlich auch unseren Teil dazu. Zum Beispiel mit unserer zweiten Anzeige in der Parteizeitung. Die zeige ich euch jetzt mal. Bei den Grünen hatte ich euch das ja schon gezeigt. Auch erstmalig dieses Jahr in der Geschichte des DHV, dass wir da reingekommen sind in die Parteizeitungen, das Geld hatten und angenommen wurden. Zeit für Legalisierung. SPD, Mitgliederzeitungen. In dem Fall Unterzeile. Genug gezögert. Vorwärts. Wie der Name der Zeitung und das Zögern. Naja, ihr wisst schon. SPD halt, ne. Dann wird es bald... Nee, erstmal die Videos genannt. Genau. Ja, hier im Kanal. Seit den letzten DHV-News sind schon sagenhafte vier Videos online gegangen. Unglaublich. Neben der Hanfparade, dem Rückblick, den ich schon erwähnt habe, die große Diskussionsrunde mit den drogenpolitischen Sprechern von SPD, FDP, Grünen und Linken im Bundestag. Also alles Abgeordnete, unsere zuständigen Leute. Ihr kennt sie alle, diese Leute. Viele haben vielleicht auch schon gesehen, diese Diskussionsrunde. Wer nicht, sei wärmstens ans Herz gelegt. Da könnt ihr nochmal schön irgendwie die handelnden Personen vergleichen. Einzelinterviews kommen noch. Die drehen wir alle diese Woche wie verrückt. Und dann gibt es zwei kurze neue Promo-Filme. Einer für euch, ja, für die Community, damit ihr wirklich daran denkt, mitzumachen, eure Stimme zu erheben, was wirklich zu verändern in Deutschland. Und der zweite Promo-Video, der zeigen soll, es ist Zeit für Legalisierung. Und in beiden Fällen werden wir das noch schön mit einem anständigen Budget versorgen und richtig die Reichweite aufpusten in die jeweiligen Zielgruppen. Ja, also vor allen Dingen bei dem Zeit für Legalisierungs-Videos mit den Argumenten. Da kommen noch einige mehr jetzt, die wir mal schön außerhalb der Bubble sozusagen auch verbreiten und der ganzen Bevölkerung klar machen. Naja, soweit wir halt kommen damit. Zeit für Legalisierung ist jetzt gekommen. Dann gehen auch bald unsere Großplakate an den Start in vielen deutschen Städten. Nächste Woche geht es los. 150 Stück ungefähr Großplakate. Da kennt ihr ja diese Werbebände, die da überall sind. Davon haben wir kurz vor der Wahl jetzt viele gebucht mit unserer Message. Zeit für Legalisierung. Aber hier, jetzt eigentlich, ja, das ist alles nur die Einleitung dafür, dass ich euch unsere Wahlanalyse vorstellen wollte. Die ist nämlich auch online gegangen seit den letzten News. Wir haben uns die Programme der Parteien angeguckt. Was steht da drin zur Drogenpolitik? Wir haben den Parteien Wahlprüfsteine geschickt. Acht Fragen und deren Antworten ausgewertet. Und wir haben uns die parlamentarische Arbeit in den letzten Jahren angeguckt. Weil reden können sie ja viel. Ja, machen ist angesagt und müssen wir uns auch angucken. Und all das zusammen ist dann eingeflossen in unseren Wahlcheck, unsere Analyse, unsere Empfehlung und so weiter. Und die grobe Richtung ist am Ende jetzt nicht sehr überraschend. Da kann ich schon mal verraten. Ja, CDU, CSU und AfD, die sitzen alle im selben Boot. Sind alles Leute, die euch weiterverfolgen wollen. Die keinen Deut Richtung Liberalisierung gehen wollen. Bis auf ein paar einzelne Politiker, die ich ja eben zum Beispiel zum Teil auch genannt habe. Aber grundsätzlich, die wollen nichts ändern. Die wollen so weitermachen. SPD halbgar, ein bisschen zögerlich, bewegen sich langsam Richtung Legalisierung. Mit Modellprojekten wollen sie aber erstmal anfangen. Ja, nichts überstürzen und so. Ist uns ein bisschen langsam, aber immer noch besser als die anderen. Und dann natürlich drei Legalize-Parteien, Grüne, Linke und FDP. Wir haben sie letztendlich alle drei als Legalize-Parteien identifiziert, die mal grundsätzlich klar sagen, wir wollen Cannabis legalisieren. Also eben auch legalen Zugang dazu schaffen und nicht nur die Konsumenten entkriminalisieren und nicht nur irgendwann ausprobieren, sondern wirklich legalisieren. Und das macht es natürlich auch einerseits komfortabel, spannend. Früher gab es das nicht, dass man von verschiedenen Parteien wählen konnte. Das zeigt eben auch diesen Trend Richtung Mehrheit langsam im Bundestag. Und jetzt natürlich die Frage, was unterscheidet die? Ja, es ist natürlich auch schwieriger dann, sich für eine Partei zu entscheiden, wenn man Cannabis-Politik als wichtigen Faktor sieht. Wenn ich drei Legalize-Auswahl habe, da kann man aber tatsächlich interessante Unterschiede nochmal sehen. Von daher würde ich wirklich die Wahlempfehlung euch empfehlen, unseren Check. Grob gesagt, die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Bei den Grünen geht es bei Cannabis um Fachgeschäfte. Ja, die haben mit ihrem Kontrollgesetz, das schon ein bisschen älter ist jetzt, aber doch ein riesig ausdifferenziertes Projekt hingelegt, wie die sich vorstellen, Cannabis-Fachgeschäfte einzurichten und so weiter. Also sehr weit fortgeschritten. Kann man im Grunde so verabschieden ungefähr. Das ist deren Schwerpunkt. Eigenanbau muss man aber allerdings suchen. Ja, da kann man irgendwie den positiv unterstellen, weil sie ein Cannabis-Kontrollgesetz ja erwähnen im Programm. Und da steht im Entwurf eben auch Eigenanbau mit drin. Aber nicht im Programm direkt. Ja, da muss man erstmal über unsere Wahlprüfsteine und die Antworten, denen das aus der Nase ziehen, das auch für Eigenanbau sind. Und bei den Linken ist es genau umgekehrt. Die haben gesagt, sie würden im Programm vorwiegend nicht kommerzielle Bezugsmöglichkeiten bevorzugen. Also kein klares Bekenntnis zu Fachgeschäften und irgendwie Einzelhandel oder so, sondern Schwerpunkt Eigenanbau nicht kommerziell. Und in den Wahlprüfsteinen, in den Antworten sagen sie dann, aber ja gut, sicher ist ja klar, dass das dann irgendwann auch mal Shops geben wird nach der Legalisierung und passt schon. Ja, aber die wollen wir dann streng regulieren, damit das nicht ausartet und Werbung verbieten und so weiter, was ja dann wieder auch in Ordnung ist. Bei der FDP ist der Schwerpunkt Wirtschaft. Ja, die wollen natürlich das Potenzial nutzen des ganzen Cannabis-Marktes, die Arbeitsplätze, die da geschaffen werden könnten, die Unternehmen, die sich da bilden und so weiter. Das wäre ein Fokus, was auch in Ordnung ist natürlich. Aber bei der FDP haben wir ein paar Minuspunkte doch einziehen müssen, weil die bei wichtigen Punkten skeptisch sind. Drugchecking ist einer davon und der andere ist der Eigenanbau tatsächlich. Die FDP bekennt sich nicht klar dazu, dass die Leute auch selber ein paar Pflanzen anbauen dürfen, sollen für den eigenen Konsum. Das wollen wir natürlich unbedingt haben und das ist ein Minuspunkt, wenn das da nicht klar dabei steht. Auch, was sonst noch zur Drogenpolitik gesagt wird, ist ein Riesenunterschied. Ja, Linke und Grüne haben ein sehr ausdifferenziertes Programm, die alle möglichen Geschichten erwähnen, legale wie illegale Drogen, andere Drogen und so weiter, die auch grundsätzliche Prohibitionen in Frage stellen. Ja, und da andere Wege gehen wollen. Bei Linke übrigens, die haben Copy und Paste gemacht. Die haben zu 90% genau dasselbe Wahlprogramm im drogenpolitischen Bereich wie vor vier Jahren. Keiner Gag am Rande, was nicht schlecht sein muss, weil das Programm ist ja insgesamt gut, von daher kann man das auch machen. Und dann haben sie an ein paar Stellen nachgeschärft. Zum Beispiel zu E-Zigaretten. Ja, so alles, was mit E davor ist. E-Sport und E-Zigaretten ist da neu drin. Und der Satz, wir wollen Cannabis egalisieren, stand auch so klar im Letzten nicht mit drin. Also weitere Drogenpolitik bei den beiden. Die FDP sagt da eigentlich gar nichts dazu. Für die ist Drogenpolitik Cannabis. Bei der SPD sieht das ähnlich aus. Also auch bei euch wird das unterschiedlich sein. Da gibt es die reinen Hempflinge, die sagen, das andere soll verboten bleiben. Interessiert mich nicht, kann die FDP wählen. Mein Wegen, wenn ihr sagt, das ist für mich ein größeres Thema irgendwie, dann guckt euch mal die Programme von Grünen und Linken an. Also schaut da mal rein. Das wird interessant. Und die ganzen Politikerinterviews, die hier noch kommen und die Diskussionsrunde, die könnt ihr da mal querchecken mit den harten Fakten sozusagen, ob die da Blödsinn erzählen oder wirklich die Linie ihrer Partei vertreten. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen. Link in der Infobox. Jetzt habe ich noch eine gute Nachricht zu einer älteren DHV-Kampagne, die immer noch aktuell ist, gewissermaßen die Justizkampagne, wo es ja darum geht, das Bundesverfassungsgericht nochmal mit dem Thema zu beschäftigen, ob das Cannabisverbot nicht verfassungswidrig ist, was wir so sehen, und eben auch zunehmend andere Juristen. Und da ist jetzt wieder ein Amtsgericht dazugekommen. Jetzt geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Andreas Müller vom Amtsgericht Bernau, da ist das schon eine ganze Weile her, dass der vorgelegt hat. Amtsgericht Münster ist vor kurzem dazugekommen. Und jetzt auch noch das Amtsgericht Pasewalk. Auch die zweifeln die Verfassungsmäßigkeit des Cannabisverbots an und bitten Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, das zu überprüfen. Sehr gute Nachricht. Jede solche Vorlage macht sicherlich die obersten Richter nachdenklicher. Jedes Amtsgericht, was da sagt, wir wollen die Leute nicht verurteilen. Und von daher auch die Message an alle anderen Richter. Ihr müsst Cannabiskonsumenten nicht mehr verurteilen, wenn ihr das für falsch haltet. Ihr könnt einfach selber die Fälle mit dazulegen auf den Berg beim Verfassungsgericht. Und mit ein bisschen Glück entscheiden die dann tatsächlich. Leute, das Ganze ist verfassungswidrig aus heutiger Sicht und mit den heutigen Fakten. Ihr müsst die Politik ändern. Falls doch am Ende doch noch irgendwie 70 Prozent die Union wählen und dann immer noch alles so weitergehen soll. Und jetzt habe ich noch ein Thema, wo beim letzten Mal die Info kurz nach dem DRV-News-Dreh gekommen ist und leider nicht mehr drin war. Da habe ich, schade, Lidl, die Geschichte mit den Brownies. Die haben ja vorgehabt, richtig fett eine Offensive zu fahren mit provokanten Produkten, wo Hush-Brownie draufsteht und so. Aber angeblich null THC und CBD drin sein soll. Ja, 1,5 Millionen Stück haben sie bestellt davon, wollten das Zeug in ganz Deutschland verkaufen, fett promoten und so weiter. Und dann gab es aber ein paar Razzien dazu. Razzien, Polizei kam in den Laden, hat ein bisschen Ware beschlagnahmt, wollte da mal untersuchen lassen und so. Unter anderem in Rosenheim, wo die Drogenbeauftragte herkommt. Hat wahrscheinlich gedacht, geht ja gar nicht, die machen ja Propaganda für Hanf. Mach die mal fertig da bei Lidl. Hat die Polizei dann gemacht. Ich habe mich gewundert über die Reaktion von Lidl. Die haben alles aus den Regalen genommen in ganz Deutschland. Heftige Reaktionen sozusagen, bloß weil da in Rosenheim und irgendwo anders in Bayern da in so einem kleinen Städtchen irgendwelche Cops durchgedreht sind. Anstatt einfach mal zivil erst mal ein paar Proben zu kaufen und in Ruhe zu analysieren. Machen sie ganz Lidl verrückt. Und da dachte ich, okay, der Lidl hat gesagt, da ist null THC und CBD drin. Der Hanftouch kommt eher über die Hanfsamen. Und da war ich davon ausgegangen, die prüfen das jetzt mal ein paar Tage und dann ist das ganze Zeug wieder in den Läden. Aber nein, ist anders gekommen. Lidl hat die Produkte jetzt offiziell zurückgerufen. Auch die paar, die sie dann in den ersten Tagen schon verkauft hatten, wollen die Preise erstatten und so weiter. Gefährdung der Konsumenten und so, weil wohl doch THC drin ist. Das geben die Berichte jedenfalls jetzt her. Ich nehme an, da werden unbedenkliche Mengen sein. Nach wie vor geht es um Nutzhanf und so. Ja, da wird fast kein THC drin sein. Aber es gibt eben auch sehr restriktive Richtlinien, was THC-Obergrenzwerte da in den Lebensmitteln angeht. Also es ist möglich, was drin zu haben, aber extrem geringe Mengen. Und vielleicht haben sie überschritten. Ja, genaue Mengen standen leider nicht bei, was da gefunden worden ist. Aber im PR-Desaster ist das Ganze auf jeden Fall, weil Lidl ja vorher verkündet hat, da ist null THC und CBD drin. Und das war offensichtlich falsch. Und ja, Lidl rudert jetzt ganz fürchterlich zurück. Und das war es für heute vor den Terminen. Jetzt kommt noch das nach den Terminen, nämlich die Termine. Also sozusagen Regensburg, Infostand der Ortsgruppe, Sonntag, 29. August. Selbertag, Oldenburg trifft sich die Ortsgruppe. Dienstag, 31. August trifft sich nochmal Oldenburg. Was? 29. August und 31. Kann das sein? Online, erstaunlich. Einmal online, einmal nicht online. Das ist komisch. Ja, da werde ich schon mal nachfragen im Büro. Aber eine gute Gelegenheit nochmal zu erwähnen, dass die Termine alle genannt werden. Da müsst ihr sowieso hingucken, wenn ihr da hin wollt, auf unserer Seite in der Rubrik Termine, Nachrichten, Termine. Da müsst ihr eh gucken, wo ist das Ganze? Wie sind die Einwahldaten bei Online-Treffen und so weiter? Da gucke ich nochmal, verifizieren, ob sich Oldenburg am 29. oder am 31. August trifft. Oder nur an einem der Tage. Oder gar nicht. Guckt mal nach. Bonn trifft sich die Ortsgruppe am 1. September. Dann in Halle die Ortsgruppe. Die macht am 4. September eine Kundgebung. Freilieben, Freigenießen im Rahmen des CSD da irgendwie. So eine Kundgebung, wo die den Hanf-Aspekt mit reinbringen. Nicht nur frei lieben, sondern auch frei genießen. 4. September wird bestimmt schön bunt in Halle. Dann Sonntag, 5. September ein Infostand in Regensburg, der Ortsgruppe. Und nochmal eine größere Geschichte in Zürich. Die Cannabis-Business-Expo. Da ist nochmal hier ein bisschen Business-Geschichte. Samstag, 11. September bis 12. September. Und das war's für heute. Ich bin durch und fertig mit den Nerven. Wünsche euch noch, nee, mir, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, das Video liked. Und, ah, ist noch nicht ganz eingeschlafen, der Kameramann. Aber der muss jetzt dringend nach Hause schicken. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.